Hallo und herzlich willkommen im myBet EM Studio. Bei uns können Sie selbstverständlich neben der obligatorischen Wette, wer wird Europameister, auch auf unzählige andere Wetten setzen. Zum Beispiel aus welcher Gruppe kommt der Champion? Gruppe A mit Gastgeber Polen und zum Beispiel den Russen hat hier eine Quote von 9,0. Das heißt, wenn Sie auf diese Gruppe 10 Euro setzen und einer der Mannschaften wird wirklich Europameister, dann bekommen Sie 90 Euro zurück. Die Killer-Gruppe heißt B. Mit Deutschland, Holland, Dänemark und Portugal gibt es hier eine Quote von 1 zu 2,5. Titelverteidiger Spanien ist zusammen mit Italien, Irland und Kroatien in Gruppe C. Und hier gibt es eine Quote von 2,7. Last but not least die Gruppe D. Hier wären Frankreich und zum Beispiel die Ukraine eventuelle Titelkandidaten. Wir haben eine Quote von 5,0 notiert. Falls Sie der Meinung sind, der Europameister 2012 kommt eben aus dieser Gruppe D. Wir wünschen Ihnen wie immer viel Spaß und Erfolg beim Wetten.